Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch hier, habe es noch nicht durchs Inferno geschafft, weil wir hier abrupt abgebrochen haben. Wir sehr sehr gute Laune hatten. Meine Mikroprobleme sollten von meiner Seite aus aus meiner Sicht gefixt sein. Und dann schauen wir mal, wie oft wir hier sterben oder ob wir tatsächlich mal einen Punkt überspringen. Rappern. Rappern. Ah, falscher Knopf. Ah, okay, trotzdem funktioniert. Oder wir machen Zeitraffer, so sechs Stunden Zeitraffer, bis wir es geschafft haben. Wir müssen den Knöpchen drücken. Kommen wir mal wieder zurück. Knöpchen, Knöpchen. Achso, brennt noch nicht. Hä? Oder, äh? Wie? Bin ich gerade verwirrt? Achso, ja. Ich glaube, das müssen wir reinkuppeln, oder? Ist doch unten. Ne, ist nicht. Das Ding zeigt nach unten. Aber wieso? Ja. Ach, da haben wir Axt doch mal. Wenn du dich selber segnest. Ne? Dann würdest du glauben, du wärst die. Ah, äh. Ja, ja, ja. Keine falschen Schlussfolgerungen, ja? Ich glaub, das war schon... Ey, das war ja nur zwei, oder so. Uuh! 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 Ich weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Uuh! Uuh! Ich finde da, bevor du berüstet bist. Äh, warte, 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 nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken, Ich muss den Timer stellen. Habe wieder natürlich vergessen. Timer stellen? Ja. Wir haben 20,23 Dienste. Das ist schön. Eine Sekunde, Leute. Geht sofort los. Uuh! 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 Komm schon! Und... Ich mach mal so. Und starten. Und... Es läuft. Alles klar. Drift den Knopf hier. So. Denk dran. Einfach los. Äh, nein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Außer am Anfang. Ja, darfst du denken. Ah. Heiß, 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 heiß. Lawalalalalalaleralalala. Anstrengung! Alle auch noch vor. ار vậyaaxt! Ja, anstrengungslos. Perkommt. Ah,� �ó! Okay. Windeccial Kick am Anfangaraach! Danke! Ja! Achtung auf deine Energie! Einmal sollte bei dem 3 kommen. Den müssen wir einmal anhalten lassen. Irgendwie nimmst du das Feuer. Nicht abdrecken. Ach komm! Ich war nicht im Feuer. Hallo? Hör auf mit dem Feuer zu spielen, gib Gas! Ich spiel ja zu spülen mit dem Feuer. Hä? Irgendwie... Hitler. Oh, ist da, ist da, ist da. Komm, komm, komm. Irgendwie. Genau. Nein, ich muss nicht. Ich will... Ich will... Feuer! So, dann. So, dann. Na auf. So, euer gemerkt, gegas. So. Ich komm in den Stuhl, ja. Jep. Bin drin. So, dann. So, dann. So, dann. So, dann. Ich will das benutzen, Alter. Na, geht doch. So, dann. 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 Alter, schieß mal, das hört sich ja geil an. Wir sind im All, ein Sound kann sich hier nicht bewegen, oder? Nee, weißt du nicht? Äh, wo musst du denn überhaupt hin? Gerade durch, äh... Ah, alles klar. 300, äh, 200, 10... Hör mal, ist da nicht mehr was? Ein dummes Viech ist da unten. Ja? Und? Eine kleine Kiste? Ja, genau, das... Pass auf! Eine Werkbank. Irgendwie so ein Erwinus ist da gerade immer hergeflogen. Ah, von wo? Es ist wieder zu viel für mich, dass die physikalischen Begrenzungen nicht vorhanden... Felix hat Probleme! Irgendwie... Ach da! Ach komm! Wo? Oh, heil nicht vergessen. Komisches... Ah, keine Ahnung... Ich... Äh, bevor wir jetzt hier verrecken... Das aber weiter, oder? Okay, warte jetzt... Äh, das ist der jetzt ist... Äh, da! Die Richtung! Die Richtung, Felix! Da, wo es rumgemacht hat! Da, wo es rumgemacht hat! Da, wo es rumgemacht hat! Ja, wir haben uns alle da... Ich mag den Geräusch. Ich hoffe dann. Wow das ist... Alles gut! Aber ist das denn noch hier? Eigentlich nicht. Oh, Anja, warum ist meine hinter dir? Jetzt nicht mehr. Ah, okay, ich bin da. Oder? Ah, ich denke auch, keine Ahnung. Vielleicht? Nein, noch nicht. Ah, ich würde auch mal sagen, so da rein jetzt. Scheiße, ich habe keinen Sommerstock. Ja. Hier. Rosen, Loc, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schwächt. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Was hast du denn da? Okay. Du brauchst ja einfach nur den Stick rein. Ja, dann guck mal gleich. Ist das so viel für mich? Panik. So, aber von da sind wir ja... Wer das richtig weiß, ist das jetzt wieder das Anfangsschiff? Ja, das kann gut sein. Also sprich, wir müssten jetzt wieder zurückfahren. Ja, weil hier geht es auch nicht weiter. Äh, Felix? Ja, warte, warte, warte. Das ist... Mach mal auf, mach mal auf, ich komme nicht raus. Entstinkerungsgas ist das. Aber wir können doch jetzt weg. Ah, es geht wieder. Ah, gut, dann. Okay, aber wir müssen tatsächlich in eine andere Richtung. Naja, deswegen... Äh... Ah, das ist nämlich die Hand... Ja, genau. Alles klar. Da hat es mir so angekostet an. Aber das war ja so gesagt... Ja, genau. Wir dürfen hier unser Rollercoaster wieder nehmen. Yay. Piep piep. Aber was mich jetzt auch interessieren würde... Es gab ja drei Schiffe oder vier Schiffe, ne? Äh... Ich glaube, das waren drei. Äh... Ja, ja, ich mein... Okay, ich hab... Wollen wir die nicht auch noch... Kontrollieren? Äh... Ich weiß nicht... Warte, da müssen... Äh... Warte mal, was steht da? So, zu Greeley müssen wir jetzt. Das wollte ich überspringen. War... Warte... Ja, dann gehen wir... Äh... Bruce Lee? Wo siehst du Loft? Können wir mal reingucken. Naja, wir gucken da mal rein. Vielleicht kommt es uns ja bekannt vor. Äh... Vielleicht finden wir da nochmal irgendwas Interessantes, weißt du? Ähm... Dir? Irgendwas Interessantes erlebt? No. Hallo? Das ist einfach nur Fun mit dir. Ist Loft der hochqualitative Kinofilm wieder? Naja... Bei dir sieht das ein bisschen besser aus. Vielleicht da nicht so... Aber hat trotzdem was. Abwunskraft aktiviert. Externer Check. Deflektor Polarität. Okay. Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Was ist ein Unwahrscheinlichkeitsantrieb? Kannst du mir das nur erzählen? Ja... Das ist einfach unwahrscheinlich, dass er funktionieren wird. Ja... Ja... You know? Einmal ein Trams Warp Filter Generator. Und ein Design Check. Sieht das Fahrzeug gut aus. Okay. Äh... Viert 500. Und... Auswählen. Und verlassen. Gut Park. Sauerstoff ist voll. So... Irgendwie sieht das ganz schön leer hier aus. Ähm... Ich denke mal, das ist da hinten, wa? Ja... Oder wir kriegen für später noch eine Mission hier. Ich weiß das nicht. Ja... Was denn? Ja... Hier steht schon mal Brosis' Luft. Hä? Warte, was war das? Was zum Hesse? Was? Was? Isaac, rüber zu dem Sch... Komisch, der Allianz greift mich an. Ja... Nur Schleuse anvisiert. Oh, hier ist ein kleines süßes Wirbchen. Ja, genau. Drück den Knäppchen. Und... Au, 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 au! Alter! Hilfe! 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 Ich hab dich wieder, wieder. Drück den... Jetzt drück den Knäppchen! Hab ich! Der braucht seine Zeit. Okay, das ist so. Ich hab keinen. Ganz süßes Ding war das Ding. Äh... Ganz süßes Ding. Das hab ich nicht mitbekommen, was dir gesagt hat. Das kommt mir schon ein Marschner raus, ey. Hast du wenigstens aufgepasst? Nö. Hey, hier ist keine Luft zum Atmen. Die Lebenserhaltungssysteme müssen... Ach du Scheiße. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Wie lange können Sie den Atem anhalten? Okay. Gut. Wenn wir die Lebenserhaltungssysteme finden, können wir die Luft vielleicht wieder zirkulieren lassen. Ja. Suchen Sie zwischenzeitlich nach Sauerstoff. Wo, 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 Hintergrund. Ja. Ja. Ich mag dieses Hetzbubber nicht. Ja. Wo, hier. Wo kommt man denn hier? Wo? Kann man hier schweben? Aye, gar nicht. Da musst du mich irgendwie so ein bisschen beeilen oder so. Ja. Leider vom Partnerblock hier. Du bist, du ... Ja! Weil da gerade was zum Weg ist. Ich vermute! Wo, 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 wo. Lass das! Wo, wo, wo! Wer, wo, wo! Hör gerçek! das ist sauerstoff ja was machst du dir da geh doch wieder zurück du eierbühne konnte ich nicht weil ich jetzt komm doch rein hier ja jetzt wieder voll das ist gut wo wir sind diese kleine kiste jetzt gelatine jetzt gelatine hier ist ein aufzug das ist ein klo sind partei warte mal auf welcher seite bist du denn also einmal auf drinnen du kannst den knopf drücken ja ja ist irgendwo was ja an der wette da ist auch noch mal sauerstoff ja dauer bis aufgeladen so wir sind ja gerade an der station timer ich weiß nicht wollen wir eben break machen ok dann machen wir hier einen break und dann sagen wir bis gleich bis gleich tschüss da 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 ich da Untertitelung des ZDF, 2020